Da kam es ja nach dem Saisonziel eigentlich gar nicht mehr zu fahren. Der Christian Conté, der hat das ganz offensiv angenommen das Ganze und hat gesagt, ich will aufsteigen. Was sagt der Trainer dazu? Christian, grüß dich! Du warst eigentlich nicht eingeplant jetzt. Ich habe dem Trainer gerade ein Stück erzählt, was du in der Zeitung geschrieben hast. Ich bin hier hergekommen, um aufzusteigen. Du sprichst damit aus der Seele aller Dynamo-Fans! Kannst du uns jetzt auch noch versprechen, dass das hinhaut? Ja. Also, eh... What?